Herzlich willkommen zur dritten Veranstaltung in Systemtheorie. Beim letzten Mal hatten wir ja damit begonnen, mit so Testsignalen mal zu gucken, wie reagieren unsere Systeme und was passiert. Also kann man eine Relation rausbekommen zwischen dem Ausgangssignal und dem Eingangssignal? Kann man da vielleicht irgendwas ablesen, was einem hilft, solche Systeme zu beschreiben, womit man also zukünftig dann leicht voraussagen kann, wie ein System auf ein Signal wirken wird. Und da haben wir festgestellt, dass für allgemeine Signale sich da nicht viel sagen lässt, dass das also sehr schwierig ist, dass man lediglich für harmonische Signale festhalten kann, dass diese lediglich in der Amplitude und der Phase verändert werden. Nicht aber in der Frequenz. Das war also da schon eine Art Voraussage treffen können. Wir haben das dann noch weitergetrieben, sind dazu aber zunächst mal auf die komplexen Exponentialfunktionen übergegangen. Da wir bei denen dann Betrags- und Phasenänderungen als eine einfache Multiplikation schreiben können. Wenn wir einen Kosinus, also die realen harmonischen Signale nehmen, da ist eine Betragsänderung als eine Multiplikation mit einer Zahl darstellbar. Aber die Phasenverschiebung, die müssen wir im Argument des Kosinus, dieser harmonischen Funktionen dann machen. Und beides gleichzeitig zu behandeln, ist da an der Stelle nicht so leicht mathematisch. Deshalb sind wir übergegangen auf die komplexen Funktionen. Da können wir sowohl die Phasenänderung als auch die Betragsänderung durch eine einfache Multiplikation mit einer konstanten, komplexen Zahl realisieren. Und deshalb sind wir da auf die komplexen Exponentialfunktionen gegangen. Wir hatten dann noch eine Abkürzung eingeführt. Wir hatten uns überlegt, dass wir erstmal nicht nur die reine komplexe Exponentialfunktion, diesen Drehzeiger, der sich darstellen lässt, dass wir nicht nur den behandeln wollen, sondern weil es so einfach ist, dass wir da auch noch einen Sigma-Term mit hinzunehmen können, der eine mit der Zeit ansteigende oder abfallende E-Funktion realisieren kann, dass wir das noch mit dazunehmen können. Nicht, weil wir das in der Signalverarbeitung so gebrauchen würden, sondern weil es einfach einheitlich darstellbar ist und wir da keine großen Probleme haben, das gleich mitzuzeigen. Deshalb haben wir noch einen Sigma-Term hinzugenommen, sodass wir also letztendlich ein E hoch Sigma nt mal E hoch j Omega mal nt, also das mal jeweils im Exponenten, so wie es hier steht, berücksichtigen können. Und diesen Zustand haben wir dann auch noch abgekürzt, damit wir nicht jedes Mal diese Exponentialfunktion so komplett ausschreiben müssen und haben dann gesagt, okay, alles außer dem n, das packen wir in unsere komplexe Zahl z zusammen. Hier ist jetzt als z0 bezeichnet, um es nochmal zu zeigen, dass dieses z0 durch ein Sigma 0 und ein Omega 0 fest definiert wird. Und auf diese Weise können wir jetzt also sehr leicht immer eine komplexe Exponentialfolge uns definieren. Wir hatten weiter festgestellt, dass diese komplexen Exponentialfolgen Eigenfunktionen oder Eigenfolgen aller diskreten, linearen und zeitinvarianten Systeme sind. Das also, wenn wir in ein solches System eine solche Eigenfolge als Eingangssignal einspeisen, dass dann hinten am Ausgang immer wieder exakt die gleiche Eigenfolge rauskommt, ebenfalls ein z0 hoch n, was lediglich multipliziert ist mit einer komplexen Konstante, wobei diese komplexe Konstante halt die Betragsänderung und die Phasenänderung, die durch das System verursacht wird, repräsentiert. Und da diese komplexe Zahl, also die Betrags- und die Phasenänderung abhängig ist von der konkreten Frequenz, haben wir dafür einen neuen Buchstaben spendiert. Das H, das Groß-H, haben das Übertragungsfunktion genannt und haben gesagt, in dieser Übertragungsfunktion, da katalogisieren wir quasi alle Zahlen, alle diese komplexen Konstanten, die die Veränderung einer Eigenfolge durch das System repräsentieren. Ja, also mit dieser, mit Hilfe dieser Übertragungsfunktion können wir jetzt quasi für jede Eigenfolge, die sich auf diese Weise bilden lässt, also die durch ein Sigma-Null und ein Omega-Null fest definiert ist, können wir aus der Übertragungsfunktion ablesen, wie eine solche Eigenfolge durch das System verändert wird, wie die Betragsänderung und die entsprechende Phasenänderung aussieht. Ja, also das sind weitreichende Sachen, mit denen wir jetzt viel machen können. Wir hatten das zunächst mal experimentell ermittelt und hatten das Ganze dann aber auch noch rein mathematisch uns angeguckt, also da gesehen, dass das tatsächlich so ist, dass also diese Exponentialfolgen Eigenfunktionen aller diskreten LTI-Systeme sind. Und mit dem Wissen können wir jetzt uns klar machen, dass man, oder dass man, wenn man es schafft, beliebige Signalformen in diese Eigenformen, Eigenfolgen zu zerlegen, dass man dann sich auch wieder das Ausgangssignal bestimmen kann. Das werden wir allerdings dann erst in der nächsten Veranstaltung machen. Heute wollen wir uns nochmal angucken, wie man mithilfe der Differenzengleichung das Ausgangssignal bestimmen kann. Ja, also heute wollen wir jetzt kennenlernen oder wiederholen, wie man mithilfe der Differenzengleichung das Ausgangssignal bestimmen kann. Und zwar deshalb, weil die Differenzengleichungen das diskrete Pendant zu den Differenzialgleichungen sind. Ja, ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit Differenzialgleichungen rumgerechnet haben in der Mathematik, ob Sie das kennengelernt haben. Sie wissen aber sicherlich, dass Differenzialgleichungen eine Möglichkeit sind, Systeme zu beschreiben. Und die Differenzialgleichungen, linearen Differenzialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, das sind solche, die auch die kontinuierlichen LTI-Systeme beschreiben können. Und wir wollen uns diese Herangehensweise, die wollen wir uns halt im Rahmen der diskreten Systeme erschließen, weil man da alles anfassen kann. Man kann mittels Simulink diese Systeme realisieren, simulieren und dann auch überprüfen, was zu welchem Zeitpunkt in welcher Speicherstelle gestanden hat. Und so quasi alle Ergebnisse hier überprüfen, was halt im Kontinuierlichen deutlich schwieriger zu machen ist. Ja, also wir werden uns das Lösen solcher Differenzialgleichungen bzw. der Differenzengleichung, das werden wir uns hier jetzt erschließen, nach und nach. Nicht, weil wir so in der Regel die Ausgangssignale berechnen wollen, das nicht, denn das ist einfacher, wir werden später ein einfacheres Verfahren kennenlernen, sondern es geht darum, über den inneren Aufbau der Systeme, das innere Verhalten der Systeme etwas zu lernen. Und dazu werden wir uns dann die Lösung der homogenen Differenzengleichung näher anschauen. Da werden wir mehr Zeit drauf verwenden. Das ist der Hauptaspekt heute. Wir werden dann aber anschließend auch uns angucken, wie man dann über die partikuläre Lösung, das ist der Teil der Lösung, der durch das Eingangssignal verursacht wird, wie man daraus dann insgesamt das Gesamtausgangssignal berechnen kann. Außerdem wollen wir noch Standardformen von Signalflussgrafen kennenlernen und eine Realisierbarkeitsbedingung. Das ist mehr am Rande. Das sind Teile, wo ich sonst nicht wusste, wo ich die noch unterbringen soll. Und hier passt es halt so einigermaßen hin, weil wir uns ja heute mit den Differenzengleichungen ausgiebig beschäftigen wollen. Und dann werden wir das praktische Anwenden auch noch kennenlernen, also das praktische Ausrechnen davon. Und dann werden wir uns ja heute mit den Differenzengleichungen ausprobieren.